herzlich willkommen von mir heute schauen wir von den außenseitern aram samsam an ja genau dieser vorschlag kam von marcel ludi ja ich habe die ganzen kommentare gelesen du hast den kommentar geschrieben ich bin der neue abonnent das war schon nice da musste ich echt lachen ohne witz jetzt muss ich echt ich hab mir echt gefragt warum bei denen hast du geschrieben erster dann hast du dreimal die kommentare geschrieben reakt mal von den außenseitern aram samsam und ich das andere scheiß abschnamen vergessen ist noch ein lied und die gucken jetzt aram samsam an ich bin gespannt was mich hier erwarten wird und ich hoffe dass das video bleibt wegen der außenseiter die wollen ja netzwerk oder sind im netzwerk deswegen kann es denn dass es gesperrt wird danke dafür merkel also an der stelle ich kenne die gar nicht ich habe das nie gehört 2012 er sagt mir nichts ich kenne ein paar liter von der außenseitern aber jetzt indirekt davon hier nicht null also das lied pädobär muss natürlich am start also nicht der pädobär ich rede nicht von dem pädobär ich rede von den anderen der die juve gemacht hat was ist passiert Mann, wann hast du das auch gehört? Boom! Hier! Das kannst du auch haben, Mann! Das brauch ich doch nicht! Was soll ich damit? Also das Beat geht schon unten nicht nach vorne. Äh, ja gut. Die Reibstruktur erinnert mich jetzt ein mittel an den... Also von den Flow her nimmt sich ein mittel an den von Bushi zusammen... Sunbong Flavor. So? Okay. Ist ein bisschen kaputt! Ich hab's euch kaputt gemacht! Spaß! Jetzt sing! Ah, Ram, Sam, Sam! Ah, Ram, Sam, Sam! Guli, 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 Ram, Sam, Sam! Ah, Ram, Sam, Sam! Guli, 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 Ram, Sam, Sam! Ah, Raadi! Ah, Raadi! Höli, Guli, 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 Ram, Sam, Sam! Ah! Das Video ist ja komplett... ist ja komplett verrippt, Alter! Was ist los mit diesem Typen? Es ist ja komplett alles zwischen einander! Aber dieses, äh... Aram, Sam, Sam, das sagt man sogar jetzt irgendwo was! Ich weiß auch nicht mehr woher! Hm... Hm... ... Guli, 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 Ram, Sam! Aram, Sam, Sam, Aram, Sam ... ... ... ... ... ... Bitte, ich hoffe, das geht jetzt nur die ganze Zeit so, bitte. Ich bitte, bitte. Ey, bitte. Oh, bitte. Bitte, jetzt kommt nicht das gleiche wie zuvor. Oh, ey, bitte. Oh, danke, danke, danke. Danke an der Stelle, dass nicht derselbe Parto wie am Anfang kommt. Danke, danke. Ey, Alter, was soll das Scheiß? Kannst du nicht was Wichtiges einschalten? Scheiße. Ey, Alter. Abstand, Bruder. Oh, oh. Oh, das geht jetzt zwei Minuten noch, warst du. Fuck. Fuck. Ich würde mal so sagen, die Effekte sind on fleek, wie man es so gerne sagen möchte. Fuck, Alter. Übelste Aufwand, schön alles klar, also von der Kameraqualität her, alles nice, schöne Locations und dann solche Effekte. Fuck. Ey, wer war denn das? Typ sieht das aus wie Martin Medlock voran macht. Alla, 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 huili, 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 huili! Wer hat die Musik jetzt ausgemacht? Ich sag, wo der Schluss ist, okay? Hallo? Hallo? Hey! Das ist voll, 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 ha, 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 ha! Bisse! Ah, okay. Es kommt ein Auto, also eine Endcard, die fucking 40 Minuten geht. Tschüss! Vielen Dank fürs Angucken, wir hoffen euch hat unsere offizielle erste Single gefangen und dazu das selbstgemachte Video. Und was noch ganz wichtig ist, Leute, wir haben euch nie gebeten, irgendwas von uns zu kaufen, aber in dem Fall wäre es uns super unglaublich wichtig, dass er es nicht irgendwo illegal runterlädt, sondern wenn es euch gefallen hat, dann kauft es euch. Kostet ja nicht viel und uns wäre es einfach ganz wichtig zu sehen, wie sehr uns unsere Community unterstützt. Und bis dahin wünschen wir euch noch viel Spaß mit dem Video und mit dem Song. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss! Der Stuhl dreht's. Nein! Einfach nur nein, Alter! Der heiße Stuhl! Der heiße Stuhl! Alter, der hat mir den Liter verschlagen, oder? Ist das ein Werte? Ja! Hey! Wow! Ganz locker, okay? Wow! Ganz locker! Jeden Tag Fuuuuck, Alter! Einfach nur Fuuuck! Jetzt mal Re-Talk! Jetzt mal richtig Re-Talk! Warum zum Fick soll ich Geld für das ausgeben, Alter? Abstand, Bruder. Oh, du bist... Alter. Der Text hat ja fast... Hat ja null Inhalt, Alter. Null? Ja, ich weiß, das sind Comedien, etc. Also... Ihr wisst, was ich mein. Aber... Alter, später. Also, der Beat bockt schon. So. Geiler Style. Para, Orpheus, körperfrei. Wart man bitte im Hook rein. Der Beat bockt schon an den Rapstellen. Aber dann, wo die Hook eintritt mit den Aram-Sam-Sam, ist er einfach... Alter. Ist er... Äh, ist er Endstufe-Scheiße. Fuck. Ja, gut. An der Stelle würde ich jetzt einfach mal sagen, hoffe ich, das Video bleibt da oben. Äh... Marcel Ludi. Ich werde... Ich werde es sehen in den Kommentaren, mein Freund. Ich werde es sehen. Auch wenn ich nicht zugeantwortet habe. Ich habe es gelesen. Ich habe es gelesen. Red Talk. Ich lese fast jeden Kommentar, aber beantworte ich kaum Kommentare. Also zur Zeit. Äh, 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 es gibt Dinge zu erledigen an der Stelle. Aber ich lese, ich lese. An der Stelle könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ob ihr genauso denkt wie ich oder eine andere Meinung habt. Gerne die Kommentare. Dann haben wir, was haben wir noch? James, was haben wir noch? Ah. Da hast du nur so witzig. Äh, in die Kommentare, äh, ihr könnt alles reinstellen. Meine Kritik, Vorschläge, etc. Dann haben wir, fuck, was haben wir noch? In der Infobox haben wir den Kanal von der Außenseite. Dann haben wir den Song noch in der Infobox. Dann haben wir Social Media Plattform mehr unten in der Infobox. Irgendwann am Arsch der Welt. Dann ist der Winter schon einen schönen Tag. Hau dran, dann. Uh, die macht natürlich, uh, was denn? Und da ist er auch. Also, wenn ich hier bin, euer dringend. Und da ist er, was der Winter. Und da ist er, was denn es sind? Jetzt ist er das mit der Mittel.